Der Spielenachmittag beim Freund ist vorbei, die Mamas halten noch ein kleines Pläuschchen vor der Tür. Ganz normale Alltagsbilder. Bis deutlich wird, dass die Jungs nicht mit Schwertern kämpfen, sondern mit Dildos. Peinlich berührte Mütter und doch der perfekte Aufhänger, um auf ein ganz anderes Thema hinzuweisen. Waffensicherheit. Denn, wenn Kinder sie finden, spielen sie damit. Ob es nun Dildos oder schlimmer, Waffen sind, dachte sich die amerikanische Organisation Evolve Together in ihrem Werbespot, der sich zum Ziel gemacht hat, Gewalt mit Waffen zu reduzieren. Waffensicherheit solle cool sein, schreibt die Organisation auf ihrer Webseite. Einem Report des Zentrums für Prävention zufolge starben in den USA in 2013 mindestens 100 Kinder, weil unvorsichtig mit Waffen umgegangen wurde. Tendenz steigend. Deshalb sagt Evolve Together, wenn ihr nicht wollt, dass Kids mit euren Dildos oder Waffen spielen, schließt sie weg. Waffen Sie mit Waffen